Fouls, Rudelbildungen und Fails, Kreisliga Best-of. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute ein tolles Video an. Und zwar gucken wir uns Fouls, Rudelbildung und Fails an. Kreisliga Best-of. Ich bin sehr gespannt. Es geht los. Wir starten rein ins Video. Yo! Wie oft will er denn jetzt noch auf... Hä? Was soll denn die Scheiße hier? Warum tritt denn der auf den einen die ganze Zeit? Bisschen leise. Ich kann aber nicht lauter machen. Jetzt eine gelbe. Ich bin schwer. Ich bin schwer. Die haben sie schon! Die haben sie schon! Digga, diese klassischen... Diese klassischen Fußballfans immer am Rand. Junge, der hat den ja anders gegen das Schild geklatscht. Stabiler Kopfball. Verlängert. Ey! Ey! Das fand ich jetzt aber nicht so schlimm, was da jetzt passiert. Doppelt gegrätscht! Ja und? Darf man doch, oder nicht? Hä? Er hat ihn doch gegrätscht, Digga. Warum heult er jetzt? Er liegt auf dem Boden. Oh, der hat gesagt, bist du behindert oder was? Rot. Raus! Bamm! Putzbach! Also, Digga, der Typ, der war doch jetzt komplett verloren. Er hat den anderen umgegrätscht, heult dann rum, macht eine Schwalbe, kriegt eine Gelbe dafür, dass er eine Schwalbe macht oder dass er einen Foul gemacht hat und fühlt es dann auch auf und kriegt Rot und geht raus. Da sehe ich eine glänzende Fußballkarriere bei dem Bruder. Bald erste Bundesliga. Die Scouts haben im Visier ja safe. Foul! Guck mal, Guck mal! Ja ja ja. Ball? Hollande Ball? Hollande Ball! Oha? Ja, aber war doch Ball oder nicht, Chat? War doch jetzt nichts verkehrt. Hä, wieso kriegt der jetzt Geld? Hä? Hä, wieso kriegt der jetzt rot? Hä? Verstehe ich nicht, Digga. Schiri schickt einfach alle raus. Für den Bruder ist jetzt hier gerade eine Welt zusammengebrochen. Wir verlieren jeden zwei Kampfs an Bayern. Jo! 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 Junge! What the fuck! Was hat der denn jetzt gemacht? Ah, der hat ein bisschen geschubst hier, der Torwart. Mann, Digga, Fußballer, ey, wirklich. Ich habe nie den Hype um Fußball verstanden. Also, Chat, ich sage euch ehrlich, ich habe damals viel Fußball gespielt, das hat Bock gemacht. Aber Fußball jetzt zuschauen habe ich auch noch nie gefühlt, Digga. Einzel-Chat, wer Fußball-Fan ist und regelmäßig Fußball schaut, also zuschauen habe ich noch nie gefühlt. Außer ich habe gewettet bei Tipico, Digga. Dann habe ich geschaut, aber sonst war das nie so mein Ding. Na klar, also so WM und so oder Champions-League-Finale, das guckt man dann schon. Aber sonst hat mich, also Bundesliga und so, hat mich ehrlich noch nie wirklich gejuckt. Wow, strong! Was, der kriegt jetzt Geld, wenn er nicht rübergegangen ist? Jo, das ist doch, das hat doch hier schon wieder was mit Rassismus zu tun, Digga. Hä? Was? Wieso hat der jetzt rot bekommen, Chat? Kann mir das dann erklären? Der hat doch nur sich jetzt nur gefreut, Digga, und, äh, und halt ein bisschen gejubelt, Digga. Was kriegt denn jetzt rot? Zu lange gejubelt? Ja, okay, aber Digga, dann direkt rot? Der kriegt auch noch rot. Junge, was zum Fick, Digga. Hä? Das ist ja irgendwie, verstehe ich jetzt nicht, Digga, irgendwie whack. Der hat gut Holz gehackt. Und die nächste Rote. Raus, jawohl. Die spielen gleich nur noch zu dritt, Digga. Vielleicht hat er seine gelbe Karte verloren, Chad, und muss halt jetzt einfach die Rote geben. Digga. Oder er hat selber aufs Spiel getippt bei Tipico. Kann auch sein. Jo, der heult. Digga, der heult. Ist nicht lustig, Chad. Der hat sich verletzt. Ist nicht lustig, dass er weint. Ist menschlich. Jeder hat auch ein anderes Schmerzempfinden, Chad. Okay? Dem einen tut es mehr wie als dem anderen. Junge, also Digga, er wollte doch einfach nur durchhacken da durch die Beide. Der doch, also nicht mal ansatzweise war der in der Nähe vom Ball. Der hat einfach komplett durchgezogen jetzt die Beide. Musik Wieder Rot. Musik Digga, F an den kleinen Bruder hier, Junge, nochmal, der hat ihn da einfach komplett umgenockt, Digga, der Arme, aber warum ist er auch auf einmal stehen geblieben? Oh, schöner Pass, fast, oh, ja, da ist er, da ist er! Ja, legt doch wer? Ja! Gibt's ja ja nicht, vorbei! Gibt's ja nicht, ja, aber warum macht's gut? Wow, Junge, einfach Ronaldinho, Digga! Und der hat keine Haare, da seht ihr mal, Chet, auch ohne Haare kann man was erreichen im Leben, der war stark! Crispy clean! Wieso machen die Liegestützen jetzt? Hä? Nimm ihn mit, nimm ihn mit, bitte! Und komm doch mal, helf ihn! Komm, helf ihn! Schön! Gute Ecke! Gute Ecke! XD Ja, Chet, wie fand ihr das Video? Ich bin irgendwie ein bisschen gespalten gerade, äh, war schon, ja, irgendwie unterhaltsam, aber war jetzt auch nicht, äh, ja, hat mich jetzt auch nicht umgehauen irgendwie, Digga. War ganz, war ganz okay. Danke.